Sinn wäre, ähm, ich muss in U3, hat verzebt, 2,60 Bock auf, ach ja, Moment, genau, mir hat jemand geschrieben, dass, ähm, Rennen den Magen schneller lehrt, deswegen werde ich jetzt mal nicht zu viel rennen, 4,4. Moment, so, Glut, oh, ich hab Glut noch aktiviert, ach, Moment, das wechseln wir mal kurz, so, Kratzer, geht weiter, mit wie vielen Leuten kann ich hier eigentlich rumrennen, ich meine, ich hab ja Katenimani, Magnetilo und Jumanda, geht's noch größer, also geht das, kann man das Schienen noch weiter vergrößern, Moment, so, und, Schlag, nicht getroffen, los, Katenimani, Katenimani, super, gut, weiter, Donnerheilhöhle U2, Du hast eine Zielebene erreicht, ja, Moment, so, willst du mit dem Retterorten retten, ja, Elikid erlangt Zauberkraft, Elikid entflieht den Dungeon, bye bye, die Mission wurde erfüllt, möchte ich den Dungeon verlassen, nein, ja, gut, und du kriegst jetzt ordentlich auf der Fremde, Yes, so, Magnetilo, so, irgendwie check ich das Ganze noch nicht, so, Moment, ach ja, Zielebene, genau, ich hab die Zielebene erreicht, was hab ich noch so für Teams, äh, Quatsch, für Ziele, Andere, Missionsziele, Elikid, Sauenkern und Plusse, okay, U4, da rechts ist Sauenkern, komm her, nur keine Scheu, ich tue dir nicht weh, nicht doll, so, retten, ja, natürlich, Vielen Dank, komm später zur Pelipper-Post, so, hm, nein, nicht verlassen, ja, fortsetzen, so, und letzte Etage, Donnerheilhöhle, Hm, bist du stark, Magnetilo, wow, gut, so, oh, was ist das, Schlafsamen, versetz Gegner für eine Weile in den Schlaf, wenn du mir den Schlafsamen bewirbst, isst du ein, schläfst du selbst ein, was soll das bringen, wenn ich mich selbst einschläfe, Ja, sogar getritt auf Apfel, klasse, hä, egal, so, weiter, Moment, Elikid, wie muss ich den retten, Ich hab's vergessen, dich schon mal nicht, Kratzer, nicht getroffen, gut, weiter, ich hätte gerne andere Leute im Team, Hüt kann ich mal nie, Sehe ich denn irgendwo auf der Karte, wo der ist, den ich retten muss, Hm, ah, da, Moment, ah, so, ähm, ja, retten, süßes Retteransfeld auf Güssel, so, ich flieh den Dungeon, so, ich möchte raus, So, wirklich gehen, nein, äh, ja, hey, okay, klasse, Oh, Donnerheilhöhle, Sokaiku, beendet eindrucksvoll eine Mission, Vielen Dank für meine Rettung, hier ist die Belohnung, 200 Pocke, und wir erhalten 5 Retterpunkte, Wie viel brauchen wir eigentlich, wie viel Punkte, Vielen Dank für meine Rettung, hier ist die Belohnung, 10 Giro Poc, und 5 Retterpunkte, Hier haben wir heute gute Arbeit geleistet, lass uns jetzt Feierabend machen, bis morgen dann, ja, Team, was, Teampartner sucht ein Partnerareal auf, achso, wenn du Teampartner für das Team aussuchen möchtest, dann besuche sie in ihrem Partnerareal, Müsst du dein Abenteuer speichern, ja, Speichern erfolgreich, Am nächsten Morgen, So, wir sind wieder wach, Wie geht es eigentlich mit der Story weiter? Hä? Ah, Morgen, wir sollten wieder unser bestes Team, Ist sie das? Ist das die Basis von diesem Team Get Freaky? Oh, Sieht ganz, Äh, Sieht, Was? Sieht nach gar nichts aus! Deprimierend, nicht wahr? Okay, Welches Retterteam hat denn auch so eine Bruchbude? Ist ja total uncool! Was hat euch denn ergebissen? Hä, M'Kanimani, Ähm, Oh, Seht mal, Briefkasten! Ja, Sieht nach, Was drin ist! Wow, Hey, Was glaubt ihr eigentlich, Wer ihr seid? Treffer, Rettungsjops! Ja, ist das nicht entzückend? Nehmen sie alle mit! Hey, Die Rettungsjops waren für uns bestimmt! Erst eure Finger bei euch! Okay, Ist doch egal, Wer den Job macht! Wir sind nämlich auch ein Retterteam! dass ihr es nur wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Willst du wissen, wie es läuft? Als Retterteam kann man sich so viel gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Dabei wollten wir nur eins, die Weltherrschaft. Wie bitte? Die Weltherrschaft? Hör ich recht? Okay, die will ich schon ganz richtig gehört. Deshalb schaffen wir ordentlich Zaster und stärken unsere Gang. Die Welt ist bald unser. Und weißt du, wer wir sind? Das Team des Bösen. Team Übel, genau das sind wir. Bis bald, ihr doofbacken Kicke. Boah, mir tut der Hals so wie von Gengars Stimme. Hey, wartet. Oh Gott, meine Stimme. Moment, das Ganze wird was trinken. Dann geht's weiter. Weg sind sie. Weg sind sie. Was für Wild-Wiederlinge. Ich kann nicht lesen in diesem Spiel. Ist ganz furchtbar. Hä, er ist leer. Diese Typen haben alles gestohlen. Flap, 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 Flap. Klunk, Klunk. Klunk, Klunk? Das war Klunk hoch zwei. Wir haben Glück. Pellipa hat uns neue Post gebracht. Hippie, ja, 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 ja. Schweinebacke. Wir können weiter. Packemann retten. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Aber diese Typen. Das nächste Mal lasse ich sie nicht so leicht davon. Ja, zerfleisch die. So, Post prüfen. Ich hab mich wohl verölt. Oh, ich kann jetzt intelligenter sein. Taubsi. Ich verhungere. Bitte, ich brauche Hilfe. Warum bringt ein Big Mac mit? Stahlberg. Komm, nimm mal mit. Okay. Jobliste. Habe ich schon fünf im Stahlberg. So, schauen wir mal, was hier machst du haben. Pfiuh, pfiuh. Muss ich hier, ähm, kurz nach Item schauen? Apfel, Georg, Sinel. Ja, die ganze Kacke, die ich gewonnen habe, geben die mir tatsächlich hier rein. Was möchtest du lagern? Ähm. Schlafsamen. So viele Äpfel brauche ich gar nicht. So viele Sinelbeeren auch nicht. Zehn Georg. Wie kann ich die denn bitte stapeln? Ach, ich erinnere mich. Genau. Moment. Möchtest du noch etwas lagern? Ja. Die Georg Brock. Genau, alle Georg Brock. Genau, so ging das, glaube ich. Nein, jetzt möchte ich die Georg Brock rausholen. Genau, sie sind gestapelt. Nehmen. Wie viel? Die Hälfte. 30. Möchtest du noch etwas anderes? Hm, nein. So, ja, das Müll. Kannst du das auch verkaufen? Weiß es gerade nicht. Ja, ja, hier gab es ja diesen Kegli-Aunladen. Naja. Knullluft noch was tolles. Komm. Möchtest du noch was? Möchtest du noch? Möchtest du noch? Möchtest du noch? Oh, das. Crap. So. Möchtest du noch was.